Musik Wieder auf Gesundheit, denn die haben wir wenig. Und wir nehmen wieder diesen Rüstungsbonus, damit wir mehr aushalten, denn wir müssen unser niedriges Leben ausgleichen. Und das lässt sich ganz gut damit machen. Und ich frage mich ja, warum die hier die ganzen... Oh, ein Kuhfell. Ich frage mich ja, warum die die ganzen verbrannten Bücher hier noch lagern. Aber das sind eh unkultivierte Banditen. Die können wahrscheinlich eh nicht lesen. Im Gegensatz zu uns, wir sind ein gebildeter Kaufmann. Slash, ich weiß nicht, warum ich die Kuhle mitgenommen habe. Wir sind ein gebildeter Kaufmann, beziehungsweise Bandit. Da haben wir noch mehr Pelze, die wir mitnehmen. Ähm, jedoch haben wir auch einige Leidenschaften, wie zum Beispiel Lesen, um unsere Redekraft zu erhöhen. Ähm, ja. Wir befinden uns weiterhin in diesem Stollen. Und hier sind noch einige Silberhände, die leider ihrem Ende ins Auge blicken müssen. Woher kam... wo... Okay, da muss ich aufpassen. Sie kann mir ziemlich viel Schaden machen mit ihren großen... mit ihren großen Langstern. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Nicht mit mir. Hast du verstanden? So, mal sehen, was wir hier jetzt so bei den Silberhänden für Items holen können. Ein Zaubertrank der geringen Magikar. An Zauberei werde ich mich höchst wahrscheinlich nicht wenden. Außer ich werde zu 95.000% von irgendwas überzeugt. Und hier haben wir da ziemlich viel Wein, was uns eventuell den einen oder anderen Abend vor dem Kamin bescheren kann. Ein Wundertrank der Regeneration. Ist auch sehr schön. Und Gold. Gold. Geld brauchen wir immer. Noch mehr Geld. Das ganze Spiel dreht sich um Geld. Hier ist jemand... Nein, aber hier können wir uns Fasan- und Kaninchenfleisch besorgen. Ein Ziegenkäserad. Einen roten Apfel. Gegrillten Lauch. Die Holzschale brauche ich nicht. Die schmeiße ich auch direkt wieder weg. Die ist mir aus Versehen ins Inventar gerutscht. Und da kann ich auch direkt die Holzkohle mit rauswerfen. Das Brot nehme ich mit. Mehl nehme ich mit. Dann kann man ab und zu mal sich ein Essen kochen. Mammut Steak nehme ich mit gerne. Noch einen Holzteller, den ich hier reinlegen werde. Denn ich will hier ein wenig aufräumen. Es sieht wie Sau aus. Ja. Da sind wir wieder. Tut mir leid für diese kleine Unterbrechung. Wo war ich? Ach ja. Ich bin am aufräumen. Denn es sieht hier wie Sau aus. Deswegen nehme ich auch die Brote mit. Ich muss ja das Essen hier überall wegräumen. Hier haben wir ein kleines Feuerchen. Ich mache mal die Tür zu. Woher kam ich? Das ist jetzt die Frage. Ich muss da lang. Hier ist ein Hebel. Und wir werden uns weiter ins Driftshade-Keller begeben. Mal sehen, was uns da erwartet. Man kann nie wissen. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm sein, was uns da erwartet. Fässer, die sich nicht looten lassen. Eine Kiste. Mit Silberbarren und Tränken und Gold. Weizen. Weizen brauchen wir immer. Hier sind viele Fässer, die nicht lootbar sind, leider. Aber es wird mich wahrscheinlich Jahrzehnte kosten, wenn ich jetzt alle Fässer hier looten müsste. Es nehme ich nicht gerade wenige. Eine Silber-Head. Oh mein Gott. Das hätte mein Tod sein können. Ich habe mich auch ziemlich erschrocken vor dieser Falle. Ey. Ey. Unglaublich sowas. Brauche ich nichts von. Ne. Ein Werwolf? Was zur Hölle? Menschenfleisch. Nehme ich mit? Gerne. Lecker. Zerschlissene Hose. Okay. Sie töten hier Werwölfe. Beziehungsweise haben sie in Käfigen. Und so kann man auch ganz einfach jemanden umbringen. Ja. Ich gehe mal weiter. Gucke, was mich hier noch erwartet. Vielleicht treffe ich auch Werwölfe. Dann würde ich aber weinen. Denn die sind nicht gerade schwach. Und dann würde ich weinen und wegrennen. Okay. Ich habe einige Rüstungsteile gefunden. Lederarmschienen, die ich nicht brauche, da ich bessere habe. Mal sehen, ob diese unsere vorherige Rüstung stark übertreffen und wie stark sie sie übertreffen. Diese Armschienen auch, aber ich möchte diese nicht weglegen. Ich könnte sie auch switchen, aber dazu habe ich nicht den Nerv. Deswegen verzichte ich einfach mal auf diese fünf Rüstung. Ich habe hier ein weiteres Eisenschwert und einen Stahlhelm, den wir nicht gebrauchen können. Was? Hier sind zwei Silberhände. Ja, wir lassen die Spielchen. Denn ich bringe dich um. Hast du verstanden? Okay. Hauptsache oben ohne Tempten. Und seine Muskeln präsentieren. Ja, ja. Ich kenne diese Tricks. Ich kenne diese Tricks. Butter. Gerne. Lecker Butter. Noch mehr Wein. Lecker Wein. Und hier geht es über zu Schnee. Warum auch immer. Warum auch immer. Unglaublich. Noch die einsame Wache. Leichte Rüstung. Verbessert. Das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Wir haben noch ein Level Up. Unglaublich. Wie schnell das geht hier. Ich gehe wieder auf Gesundheit. Und diesmal verbessern wir nicht unsere leichte Rüstung, sondern unsere einhändigen Schaden. Denn wir könnten ruhig mal mehr Schaden machen. Jetzt wo wir ins Eis übergehen und wahrscheinlich auf Trolle treffen. Nein. Glück gehabt. Ja, da werden wir direkt angewiesen von allen Seiten. Unfassbar. Richtig feige sowas. Wenn man eins gegen eins ist, dann kommt da noch nichts dazwischen. Hast du mich verstanden, du? Ich rede mit dir. Ich hoffe jetzt mal, der Typ hat mich jetzt verstanden. Aber nächstes Mal gibt es dann aber eins auf den Deckel, ne? Gucken, ob hier noch Items liegen. Ich sehe einen Werwolf, vor dem ich mich ziemlich stark fürchte. Ich habe sogar sehr Angst vor ihm. Ich würde ihn gerne töten, aber ich könnte ihn auch rauslassen. Sagen wir mal so, er nimmt nicht ganz viel Schaden von meinen Angriffen. Er wird mich jetzt wahrscheinlich gerne angreifen, aber das kann er sich abschminken. Denn er wird mich wahrscheinlich mit einem Schlag einfach umbringen. Und das kann ich nicht eingehen. Deswegen habe ich ihn mit einigen gezielten Schüssen einfach mal umgebracht. Warum liegt hier ein totes Pferd? Wieso? Das arme Pferd, ich hätte es reiten können. Toll. Mir fällt gerade auf, das sind keine Skiverköpfe, sondern Werwolfsköpfe. Okay, das hätte die Sache eventuell geändert, wenn ich wäre gar nicht hier reingegangen. Aber jetzt ist es ja schon zu spät, ne? Ich habe auch schon meinen ersten Werwolf getötet. Ich bin richtig stolz auf mich. Er hat die Ziegen nicht zu Ende gespeist. Unglaublich, warum nicht? Und wir wagen uns mal tiefer hinein. Hier geht es wieder über. Hallo. Du hast anscheinend gerade einen Werwolf getötet. Beachtige Leistung. Trotzdem musst du sterben. Danke für die Heilung. Menschenfleisch und Wolfspelz. Wolfspelz werden wir auch noch gebrauchen. Nämlich fürs Schmieden. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier wurden die Wölfe anscheinend gefoltert. Blutige Lumpen. Hier wurden die gefoltert. Was zur Hölle? Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, wer diese Silverhands sein sollen. Ich hoffe, ich kann irgendwo was darüber erfahren. Aber die schleichen wir ein bisschen. Denn diese Wache da hinten hat mich noch nicht gesehen. Diese schon. Das gibt es nicht. Ich wollte mich gerade anschleichen. Du hast du keine Manieren. Unglaublich. Tut mir leid. Jetzt konnte ich dir keinen Überraschungsbesuch abstatten. Aber das hat auch so seine Wirkung erreicht, was ich vorhatte. Von daher kann mir das eigentlich egal sein. Das wäre nur ziemlich schön gewesen. Ich hätte ihm gerne eine Überraschung gemacht. Jetzt ist es zu spät. Wo kamen die überhaupt her? Beziehungsweise sie. Sie kamen hier hinten her. Was bewacht sie hier? Muss sie zugucken, dass die Pflanzen hier ordnungsgemäß wachsen oder was? Unglaublich. Ich verstehe es nicht, ne? Was liegt da? Nichts. Das habe ich fast übersehen. Ein Fläschchen Norte mit. Ähm. Okay. Dieses Gebäudekomplex wird mir immer skuriler und mysteriöser. Ich verstehe gerade nicht, was das alles auf sich haben soll. Aber wie es scheint, finden wir hier wieder einen Weg raus. Bis jetzt war das jetzt ja nur nicht so die Herausforderung. Mal sehen, ob sich hier noch was ändert. Ansonsten habe ich hier noch einen kleinen Heiltrank, den ich gut gebrauchen kann. Und noch mehr aufgespießte Köpfe. Drei Silberhände. Welche ich mir hoffentlich leicht holen werde. Der hier scheint etwas mehr Leben zu haben als die anderen. Ich glaube, das liegt daran, dass er nicht... Okay. Das war ziemlich knapp. Ich werde mir einen Zaubertrank gönnen. Und ziehe gleich mal auf... Ähm. Auf... Ich hab... Ich kann kein Deutsch mehr. Keine Ahnung. Ach ja. Auf, äh... Favorit setzen. Der Schlag hätte meinen Kopf spalten können. Hat der zum Glück nicht. So. Und du? Wo bist du? Hä? Komm her. Ja, ja. Halt die Fresse. Oh. Krankheitsheilung. Nice. Bücher. Blocken verbessert. The Real Berencier. The Real Berencier 3. Geld. Geld brauchen wir immer. Wie bereits gesagt. Und sie haben hier Schlammkram-Shitting gegessen. 2929 Morgenstern. Einhändig verbessert. Sehr schön. Das brauchen wir alles. Das ist wichtig. Und sagt mir jetzt nicht, dass wir jetzt... Ah, ich kann hier schmieden. Ich könnte hier... Aber hier gibt's keine Gerbstelle. Das heißt, ich hab kein Leder. Und das bringt mir dann wieder nichts. Sonst hätte ich hier mir gerne was gecraftet. Ein Amulett von Dibella. Das ist sehr gut. Denn es gibt uns... Plus 15 auf Redekunst. Nicht, dass wir schon so ein geschickter Redner sind. Aber das macht uns einiges einfacher. Dann aktiviere ich mal den Türregel, öffne die Holztür und mal sehen, was hier so abgeht. Ach, hier war ich doch. Hier bin ich nach links abgewogen. Ich wollte eigentlich wieder umkehren, aber es hätte mir eh nichts gebracht, weil man da nicht lang kann. Ja, das war's schon. Ja, so eine Herausforderung war's jetzt nicht. Aber, komm, wenn sich so eine Chance mal ergibt, dass man mal eben so ein kleines Gebäudekomplex, beziehungsweise ein Höhlenkomplex erforschen kann, denkt man diese Chance doch gern dankend an. Es kann doch immer ein wenig Gold bei rumspringen. Ich würde behaupten, wir haben schon ziemlich gute Sachen jetzt dadurch bekommen. Und wir stecken unsere Waffen weg, wir wollen ja nicht bedrohlich wirken. Und dann machen wir uns auf den Weg in die nächstgelegene Stadt, die sich wo befindet? Wir befinden uns momentan hier. Wir könnten zu Dämmerstern gehen, aber die Straße, der wir gerade folgen, führt uns ins Nichts. Ja, das ist natürlich schön. Da werde ich hier links gleich abbiegen und durch diese Schlucht gehen und mich auf den Weg zu Dämmerstern machen.